Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin sicher, Dr. Suth hat Ihnen die Prognose erklärt. Connor wird nicht wieder so werden, wie er war. Und dann dreimal herzhaft lachen. Was machst du da? Das nennt sich Lach-Yoga. Lass das bitte. Mrs. Casey? Venetia Grundgütiger. Und ich werde sie Ted nennen. Komm schon! Ich werde nicht tanzen. Ich kann das hier. Läuft da was zwischen dir und Dr. Fielding? Nein. Was passiert, wenn er weg ist? Connor wird dann immer noch hier sein. Das werde ich auch. Hast mir gefehlt in diesem Bett, Connor. Tiere fordern ihn nicht so. Er kann sich identifizieren. Ihre Gefühle sind simpler. Keine widerstreitenden Gefühle, kein Psychodrama. Ein Schlaganfall ist keine Ausrede dafür, die Bedürfnisse deiner Familie zu ignorieren. Du bist der Vater. Du bist der Ehemann. Wenn Connor und ich etwas sahen, sahen wir dasselbe. Hattest du je so eine Verbindung zu jemandem? Hattest du je so eine Verbindung zu jemandem? Hattest du je so eine Verbindung zu jemandem?